Dieses Video bietet Ihnen didaktische Informationen für die Verwendung des Werkstattbeispiels Fang das Ei in Ihrem Unterricht. Die Erarbeitung des Beispiels ist ab der achten Schulstufe empfohlen. Die Umsetzung ist für den Informatikunterricht geplant. Dabei sollte das Programm in sechs Schritten zusammengebaut werden. Für jeden einzelnen Schritt steht ein eigenes Arbeitsblatt zur Verfügung. Je nach Wissensstand der Schülerinnen und Schüler und abhängig von der geplanten Variante sollten zwei bis drei Unterrichtseinheiten zu je 50 Minuten eingeplant werden. Bei der Programmierung des Werkstattbeispiels werden Schleifen und Variablen verwendet. Wird das Basisprogramm erweitert, bietet sich die Verwendung von Listen und Funktionen an. Für das Erarbeiten des Beispiels Fang das Ei werden für je zwei Schülerinnen und Schüler ein PC mit Internetzugang und ein Calliope Mini benötigt. Darüber hinaus sollten die in diesem Video vorgestellten Arbeitsblätter in Klassenstärke bereitgestellt werden. Das erste Arbeitsblatt erklärt, wie man eine einzelne LED auf dem 5x5 LED-Display ansprechen kann. Das zweite und dritte Arbeitsblatt erklären die Steuerung des Korbes. Die Schülerinnen und Schüler sollen zuerst mit dem Arbeitsblatt 2 ein Verständnis für den Beschleunigungssensor entwickeln. Das dritte Arbeitsblatt hilft den Schülerinnen und Schülern dann mit der Programmierung des Auffangkorbes. Die Arbeitsblätter 4 und 5 führen schrittweise zur Programmierung des Eies. Das vierte Arbeitsblatt beschäftigt sich mit der geradlinigen Bewegung des Eies von oben nach unten, also in Y-Richtung. Das fünfte Arbeitsblatt erklärt, wie es gelingt, dass das Ei am unteren Rand des LED-Displays verschwindet und am oberen Rand an einer zufälligen X-Position wieder erscheint. Das letzte Arbeitsblatt thematisiert die Zusammenführung des Ei- und Korb-Programms. Damit aus dem Programm ein Spiel wird, muss eine Kollisionsabfrage stattfinden, also eine Abfrage, ob sich Ei und Korb berühren. Am Arbeitsblatt sind die nötigen Bausteine für diese Überprüfung angegeben. Auch das Beispiel Fang das Ei lässt sich noch beliebig erweitern. So kann eine Variable Punkte erstellt werden, welche die Anzahl der gefangenen Eier speichert. Darüber hinaus ist es möglich, Levels mit zunehmender Schwierigkeit zu definieren. Dies kann man erreichen, indem man die Geschwindigkeit des herabfallenden Eies ändert oder mehrere Eier gleichzeitig herabfallen. Weiters kann man für die Implementierung des Basisprogramms sowie der Erweiterungen Funktionen, also Unterprogramme verwenden.